Hallo lieber Jens Bucher, du bist Projektleiter der sozialen Stadtimkerei. Darüber und was das mit Mainz 05 zu tun hat, wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Ja, sehr gerne. Vielleicht erstmal, wir sind hier in den Räumen der Stadtimkerei heute. Seit wann gibt es die denn und was beinhaltet deine Projektleitung? Was machst du hier? Genau, also die Stadtimkerei ist ein soziales Projekt. Wir sind eigentlich nur eine Scheinimkerei. Im Herzen machen wir soziale Arbeit und es gibt es seit 2017 hier in den Räumen und meine Aufgabe ist sozusagen, das Ding weiterzuentwickeln, Akteure reinzuholen, also Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, die sich hier engagieren. Und du bist selbst auch Imker? Ich bin auch Imker geworden, über das Projekt tatsächlich. Vom Haus aus bin ich Heilpädagoge und mache schon sehr lange soziale Projekte. Ihr habt Bienen hier. Es gibt eben auch Bienen oben, an der Arena. Darüber sprechen wir gleich noch. Du hast Bienen auch zu Hause, also nicht in der Wohnung natürlich, aber wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist so ein Stock? Wie entscheidet man, wo man die hinsetzt? Was spielt da eine Rolle? Also generell kann man sagen Bienen, Honigbienen. Man muss unterscheiden zwischen Honigbienen und Wildbienen und wir hier, die sprechen meistens von Honigbienen, also Bienen, die in großen Kolonien zusammenleben. Wenn du so eine Beute ansprichst, eine Beute wächst, also es ist ein dynamisches Volk. Der Imker nennt das auch den Superorganismus der Bienen, also als einziges, als einzelnes Lebewesen sozusagen. Die wachsen jetzt bis Juni so auf 50, 60.000 Einzelbienen an. So ein Volk hat ungefähr so eine Größe, wenn es ein gutes, gesundes Volk ist. Ihr steht mittlerweile mit einigen Völkern auch oben an der Arena. Wie ist denn das mal zustande gekommen? Wer hatte die Idee? Die hatte ich. Ich bin ja Fan, das spielt sicher irgendwie auch eine Rolle und als wir die Bienenstände aufgestellt haben, dann fanden wir das irgendwie attraktiv auch zu gucken, was hat mit Mainz eine Beziehung. Genau und die Steffi Reuter kannte ich noch von einem anderen Projekt und dann habe ich die angerufen. Da war der Stefan Bandholz noch dann mit dabei und dann haben wir geguckt und dann war das kein großes Ding. Also die haben sofort gesagt, das finden wir eine gute Idee, da machen wir mit. Dann haben wir geguckt, was ein guter Platz ist. Wir stehen jetzt quasi einen Steinwurf von der Arena entfernt. Es ist ein sehr guter Platz für die Bienen und finden das auch toll und macht uns auch stolz, dass wir einen Honigbienen produzieren, der irgendwas mit Mainz 05 auch zu tun hat. Aber die Arena Bienen stehen da nicht das ganze Jahr, oder? Nein, ein Teil der Völker, die sind gerade im Urlaub im Raps in Mainz Ebersheim. Ist ja auch schön, alle anderen können gerade keinen Urlaub machen, aber die Bienen. Total, genau. In Mainz Ebersheim stehen die in einem Rapsfeld, was nicht gespritzt wurde und da stehen die jetzt nur ungefähr drei Wochen. Dann ernten wir den Rapshonig, dann kommen die Völker wieder ans Stadion, an die Arena und dann gibt es den Menzer Major Honig. Abgesehen von dem Standort, was sind denn eure Berührungspunkte mit dem Verein? Also, Mainz ist ja mehr wie ein Fußballverein, wie wir beide wissen. Die haben ja verschiedene Programmpunkte, auch insbesondere jetzt zum Beispiel für den Kids-Club und Christina Meier und ihr Team, die sind natürlich an Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter sehr interessiert. Also wir machen Workshops für Kinder. Wir haben schon mal ein Honigfrühstück da gemacht, das muss man natürlich auch alles wieder so ein bisschen runterfahren. Im Moment gucken wir, ob wir zum Beispiel verschiedene Saatgüter da ausbringen können. Das sind so die Berührungspunkte. Auf der anderen Seite Mainz 05 hilft e.V., die haben uns mal sehr unterstützt, dass wir Workshops für Schulklassen anbieten können. Das ist für uns noch ein großer Programmpunkt, um auch unsere Akteure wieder einzubinden. Genau, das sind so die Berührungspunkte. Wenn ihr Angebote gerade für die Kinder macht, was sind denn so eure Erfahrungen? Überwiegt bei denen in Bezug auf Bienen Neugierde oder sind die auch ängstlich? Und was müsst ihr da für Sicherheitsvorkehrungen vielleicht auch treffen? Eher neugierig als ängstlich. Die Kinder werden irgendwie gut eingepackt, wenn wir zu den Bienen gehen. Wir haben so Kopfschleier und wenn mal ein Kind ganz besonders ängstlich ist, dann holen wir auch mal so eine Schwedenjacke, so heißen die, raus. Da kann auch nichts durchgehend an Stichen. Eigentlich sind sie ja aufgeschlossen, finden das ganz spannend, was die Bienen so leisten. Finden natürlich den Honig ganz spannend. Also ein Workshop, der nennt sich Honigfrühstück für kleine Stadtimker. Da können die sich einmal durch die Welt testen. Honig aus Namibia, aus Australien, aus allen Herren Ländern. Und das finden die total spannend. Wird es zum Klassenerhalt einen Bonik geben in Anlehnung an Bruce Benson? Oder was ist eure nächste Idee da oben? Ich hatte mal Brumm, Brumm, Babas vorgeschlagen als die ersten Runden so gegen, wie könnte man den Honig nennen. Aber vielleicht können wir mal irgendwas mit dem Bo machen. Ich fände es großartig, ja. Sehr schön. Ich habe natürlich keinen Honig für dich, den hast du ja selber, aber die Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchentüte. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit für mich hattest. Ich reiche sie dir so Corona-konform wie möglich. Ja, vielen Dank. Das war sehr spannend. Die esse ich mit meinem Sohn. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank.